Hi Freunde und Herzlich Willkommen, Himachi Gaming, Flo wird am Start. Heute gibt es eine weitere Squad-Binning-Challenge. Es ist Samstag, wir haben gestern Shaqiri am Start und unter anderem Ghost Dance und heute der nächste deutsche Summerstar 97er. Kimmich als rechter Mittelfeldspieler. Um diese SPC wollen wir uns heute kümmern, das war mit der Frage wieder, lohnt es die SPC? Ja oder nein? Ihr könnt mir gerne eure Meinung rein und runter natürlich in die Kommentare schreiben. Ich werde meine Meinung euch jetzt hier mitteilen. Ihr könnt gerne die gleiche Meinung haben, ihr könnt auch gerne andere Meinungen haben. Tschechien gegen Dänemark spielt gerade, ich hoffe wir schauen heute Abend natürlich auch gerne wieder Fußball. 21 Uhr heißt es da, die England-Partie leider kein Deutschland, nicht weitergekommen gegen die Ukraine. Schreibt mir da auch gerne rein und runter eure Prediction rein und runter in die Kommentare. Ja Deutschland jetzt draußen und die deutschen Karten kommen um die Ecke Jungs. Gestern Gossens in den Aufgaben, in den Objectives und heute haben wir einfach Kimmich Jungs. Ich frage mich, lohnt sich das Ganze? Ja oder nein? Denn wir müssen einen einzigen Untergrund haben Jungs. Wir haben die Tots und die Team of the Year Karte von ihm und deshalb auch der Vergleich nachher natürlich bei Football. Bevor wir da aber reingehen Jungs, gehen wir rein und zwar natürlich zu den SPCs. Bei den Zielen, ich habe gerade schon mal geschaut, gibt es nur die Daily Objectives Sachen, also da müssen wir nicht großartig reingehen. Wie gesagt, Gossens jetzt als LM hier draußen und ich muss schon sagen, jetzt nachdem Gossens da ist und Kimmich jetzt auch, da habe ich schon Bock mit einfach dem deutschen Squad zu bilden Jungs und den EM Squad einfach nachzubilden und ja dann einfach so den Rest des FIFA so zu zocken. Ich bin, ich habe es gestern schon erwähnt, ein bisschen enttäuscht darüber, dass halt wie gesagt die heftigen Karten, wir hatten gestern ja 99er Messi, 99er CL7 am Start, jetzt kommt eine 97er Karte um die Ecke, dass diese heftigen Krankenkarten einfach jetzt erst im Juli am Start sind. Hätte einen Monat vorher oder auch schon im Mai kommen können, meiner Meinung nach. Aber gut, jedem das Seine und EA hat es so entschieden und hier ist sie am Start, Jungs. Sieht natürlich schon mal nice aus. Ich weiß nicht, ist ein Spielerbild da? Wir gucken mal gerade noch mal kurz zurück, Jungs. Ist die hier angezeigt, die SPC? Immer noch Shaqiri am Start? Ne. Also ich hoffe auf jeden Fall ein Spielerbild kommt da hin. Wahrscheinlich wird er wieder schreien, wie auf allen anderen seinen Karten natürlich auch. Wir kennen es nicht anders. Vier Segmente, wo da heißt es hol dir Festival Football Summer Stars, Joshua Kimmich. Nochmal kurz zur Erklärung, Joshua Kimmich hat jetzt diese Karte bekommen. Er war als, ich glaube gegen Ungarn, Spieler des Spiels geworden, wenn ich richtig im Kopf habe. Und es geht darum, dass einfach, ja, Top-Leistungen damit gewertschätzt werden. Ob er es jetzt verdient hat, der Kimmich, sei erstmal dahingestellt, Jungs. Dazu könnt ihr gerne auch mal Romano rein und runter in die Kommentare schreiben. Deutschland hat einen Sieg holt in vier Partien. Ja, großen Sitz hat es auf jeden Fall verdient mit seinem Portugal Game. Ob es Kimmich jetzt hier verdient hat, mit drin zu sein, weiß ich jetzt nicht. Wir lassen es auf jeden Fall mal so. RM am Start. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben vier Sterne, vier Sterne Upgrade. Ja, ihr seht schon hier die Key Stats. Das sieht natürlich heftig aus. Vier Sterne, vier Sterne. Von drei Sterne, vier Sterne das Upgrade erstmal am Start. Wir gucken wie gesagt gleich bei Football nochmal rein. Hochmittel, die Arbeitsraten und Allrounder schlechthin. 93 Tempo, 92er Schuss, 97er passen, 96er Dribbling, 92er Def, 92er Physis. Alleine mit einem Physis. Egal welchen Camacy-Style. Das ist natürlich geisteskrank, ja. Das ist einfach heftig. Bayern, Bundesliga, Deutschland, Link-Mails, brauche ich euch nichts sagen. Squad-Building-mäßig. Er hatte sonst bis jetzt immer nur ZM oder ZM-Karten. Ist natürlich sehr, sehr interessant. Weil RM halt einfach, ja. Das ist cool. Finde ich nice. Aber guckt euch mal bitte die Dribbling-Sets an. 96er Bewegtiger, 96er Balance, 99er Reaktion, 97er Ballkontrolle, 99er Ausdauer, 99er Sprungkraft, 99er Schusskraft, Fernschüsse auf 99, 99er Stellungsspiel, 99er Antritt, 99er Flanken, 99er kurzer Pass, 97er Effet. What the hell? 97er Ruhe. Was geht da bitte ab? Was geht da bitte ab, Jungs? Heftige Karte. Und auch komplett am Rasieren. Das stimmt. Die RM. Da gebe ich dir absolut recht. Also geisteskrank, Jungs. Einfach nur geisteskrank. Ja, und dann haben wir noch die Eigenschaften Führungsstärke. Haben wir da einmal vertreten. Aber wir können auf jeden Fall einfach festhalten, Jungs. Es ist eine geisteskranke Karte. Egal welchen Chemist ist da. Wir freuen uns einfach, dass ein Deutscher am Start ist mit Kimmich. Einer aus der Bundesliga. Wir haben fünf Tage Zeit. Da meiner Meinung nach hätten es auch sieben Tage sein können. Einfach eine komplette Woche meiner Meinung nach. Das wäre überhaupt kein Problem. Aber, und jetzt kommt das Positive, wir haben gar nicht so High-Rate-Squads zum Abgeben. Ihr seht, der höchste schon 87er. Der Mindest-Rating ist hier bei 83 ohne Special-Karte. 84 ohne Special-Karte. Der dritte 86er ohne Special-Karte. Und dann halt wieder der 87er auch ohne Special-Karte. Sag ich euch ganz ehrlich, Jungs, für diese Karte ist das eine Top-SBC von den Ratings. Ist meine Meinung. Ich würde mich gerne über eure Meinung freuen. Auch wenn sie die gleiche ist. Einfach mal runterschreiben in die Kommentare, Jungs. Ihr wisst Bescheid. Und Joshua Kimmich mit einer heftigen Geisteskranken-Karte. Nur die Frage ist halt, wenn ihr den Tots schon habt, wenn ihr den Team-Offs, den ihr schon habt, ja, dann ist eigentlich eins klar, dann müsst ihr die Tots wahrscheinlich gar nicht abschließen. Aber dazu springen wir jetzt mal zum Footbin. Vergleichen die jeweiligen, ja, die insgesamt jetzt drei Karten miteinander und überlegen uns dann mal, ja, was wir machen. Denn eins können wir auf jeden Fall auch festhalten. Mit diesen Stats, Jungs, und vor allen Dingen jetzt mit dem 4-Stern-4-Stern könnt ihr diesen Kimmich natürlich auch extrem viel, 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 viel offensiver spielen. Auf der rechten Seite, als rechten Flügel, vielleicht sogar als Stürmer, gucken wir uns gleich mal an. Aber auch als Z-Door im Beispiel. Mit 4-Stern-4-Stern, ja, und dann mit einem Schusskraft- oder mit den Fernschüssen. Jungs, let's go. Ja, also den müsst ihr nicht unbedingt, äh, als defensiven ZDM, ähm, Innenverteidiger, Außenverteidiger oder ZM spielen. Aber auch das ist natürlich möglich. Wir gehen zum Footbin, gucken uns das Ganze mal an und damit let's go. So, Freunde, da ist der neue Kimmich am Start und ihr seht ja schon bei beliebten, die ersten beiden direkt die Kimmich-Versionen. Das gucken wir uns natürlich jetzt mal an, äh, wie das Ganze aussieht. Ob schon Preis da ist? Ich weiß es noch nicht. Nee, ist noch nicht da. Aber wir sehen auf jeden Fall hier schon mal, kommt sehr gut an. Bei mir, wie gesagt, auch. Ich hätte gedacht, es werden auf jeden Fall viel, viel höhere, äh, Ratings erwartet und insofern können wir da mit den 4-Segmenten auf jeden Fall, ich dachte, oh, 4-Segmente, das könnte heftig werden, äh, können wir zufrieden sein, meiner Meinung nach, ja. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, wenn ja, warum ihr die SPC nice findet und wenn ihr sie nicht gut findet, warum. Begründete Meinung abgeben immer ganz, ganz wichtig. Wir haben noch eine kleine Puzzle-SPC, hab ich gar nicht erwähnt, das ist ein kleines, äh, Prime-Gold-Spieler-Pack da am Start. Wollen wir auch gar nicht heute so drauf eingehen. Wir wollen auf Kimmich eingehen, Jungs. Hoffentlich bekommt er auch sein Spielerbild, ähm, und, äh, ihr seht, wie gesagt, 4-Sterne, 4-Sterne schon mal am Start. Bei den anderen Versionen 3-Sterne, 4-Sterne, ja. So, fangen wir mal mit der Team of the Season-Karte an, Jungs. 280k kostet der Kollege noch und zu der RM-Karte ist das ein plus 6. Alter, das ist schon heftig. Plus 6 nochmal auf Tempo, plus 5 auf Schuss, plus 2 auf passen, plus 1 auf Dribbling und Diff ist gleich tatsächlich. Füße ist auch minimal unterschiedlich. 99 Ausdauer, dann natürlich auch schon bei denen am Start. Hier auch schon, Jungs. Ihr müsst überlegen, auf seiner Base-Karte hier, die 88er hat er ja schon 95 Ausdauer. Aber wenn man die anderen Sets jetzt mal so beobachten, ich hab's eben schon ein bisschen erwähnt, man kann die theoretisch überall spielen. Also der Allrounder schlechthin, offensiv wie defensiv. Aber das Upgrade, dafür, dass es nun plus 1 Upgrade ist, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut meiner Meinung nach. Und jetzt zu seiner Team of the Year Version, die auch nur noch 280k kostet, wahrscheinlich jetzt auch nochmal gut gefallen. Ja, guckt euch das an, Jungs. Guckt es euch bitte an. 280k kostet er jetzt. Er war eben noch bei 390k. Also Jungs, ihr seht einfach auch jetzt hier. Ballert sie weg, holt euch den, der einfach 8 Tempo mehr hat, 6 Schuss mehr, 1 passend, 2 Dribbling. Ballert diese Version. Wenn ihr eine von denen untrade habt, wenn ihr sie tradable habt, verkauft sie gerne. Nutzt die Münzen, um diese Kimmich-Karte zu machen. Wenn ihr sie untrade habt, ballert sie in den High-Rated Squad rein. Der wird dann auch sehr, 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 sehr günstig sein. Und holt euch diese 87er-Karte, auch wenn er RM ist, Jungs. Ihr könnt ja auf dem ZM, auf 7-Teamschmie immer noch spielen. Diese 87er-Karte sieht geisteskrank aus. Die sieht geisteskrank aus. Und jetzt guckt euch das bitte mal an mit einem Basic. What the hell? 94er-Stürmer, 97er-Mittelstürmer, 98er-ZOM, 98er-ZM, 97er-ZM, Innenverteidiger selbst, 95er. Gut, mit der Körpergröße, bisschen schlecht. 97er-Rechtsverteidiger mit Basic. Shadow, Anchor. Ihr seht das hier auf der rechten Seite hoffentlich. Ey, Wahnsinn. Mitten im Deadeye. Wenn ihr den offensiv spüren wollt. Hallo? Hä? What the hell? Powerhouse? Kriegen wir den irgendwo auf 99? Das würde mich nicht wundern, Jungs. 98er ist so das höchste der Gefühle. Ähm, End- Oh, End- Engine sieht auch brutal aus, Jungs. Was sagen die Leute? Basic, Anchor oder Hunter? Jungs, mit dem Hunter. dann lasst uns hier mal mitmachen. Alter, was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte für ein Stürmer, Jungs? Mit 4 Stern, 4 Stern, neben einem Lewandowski-Jungs, der auch einfach nur 5 Sterne Weakfoot Plus hat. Gut, bei ihm jetzt natürlich hier 4 Sterne, 4 Sterne, aber zu seinem Team of the Season, der, wie gesagt, wegen dem 5 Sterne Weakfoot sowieso dermaßen viel, viel besser ist. Aber im Endeffekt ist es ein Lewandowski mit 4 Stern, 4 Stern sonst vorher auch gewesen. Geisteskrank. Also, Jungs, ich glaube, ich muss da nichts mehr beifügen. Ich bin jetzt mal gespannt auf den Preis. Für mich geht der Daumen auf jeden Fall hoch. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass heute ein Joshua Kimmich um die Ecke kommt. Er hat schon so viele Special-Karten, einfach in FIFA Ultimate Team. Überall schreit er. Ich denke, auf jeden Fall ein schreitendes Spielerbild bekommt er auf jeden Fall. Schade, wie gesagt, dass die National-Trikots nicht am Start sind. Ich würde wahrscheinlich mit dem Engine gehen. Oder wenn ich offensiv Just-Up-Fund-Dime mit dem Hunter-Jungs abfahre und let's go. Also, ich finde die SPC sehr, sehr gelungen. Sehr, sehr nice. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich bin natürlich gespannt, was kommt morgen. Für Upgrade-SPCs. Ich bin sehr gehypt. Kommt sehr, sehr gut rum. Twitch.tv Schrecklich Archie Gaming. Zerstört den Like-Button. Lasst uns da eine Likes voll machen. Lasst auf kostenloser Basis natürlich gerne die Glocke da. Und mich würde es freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen beim Doppel-Upload hier auf Archie Gaming. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Checkt das Pack-Opening. Vor heute Mittag ab, Jungs. Es lohnt sich. War auf jeden Fall einiges an Summerstars dabei. Und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.